Herzlich willkommen im Wohn- und Schlafkontor. Im Jahr 2008 haben wir unser Angebot durch unsere Ausstellung in Essen-Werden erweitert. In gemütlicher Atmosphäre planen wir mit Ihnen Ihre nächsten Projekte. Egal ob Fenster, Türen, Einbauschränke, Küchen, Schlafzimmer, Büro, Praxis oder Ladeneinrichtungen. Bei uns werden Sie ausführlich und kompetent beraten. Außerdem können Sie hier vor Ort in aller Ruhe das einzigartige Samina-Schlafsystem ausprobieren. Das Samina-Schlafsystem besteht ausschließlich aus Naturstoffen wie Schurwolle, Kautschuk, Eschenholz und Baumwolle. Durch den speziellen Aufbau des Schlafsystems wird die Wirbelsäule entlastet, der Körper erholt sich und die Schlafqualität wird deutlich verbessert. Abgerundet wird das Ganze durch eine große Auswahl an Kopfzüchten und Zugeben. Besuchen Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!